Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder bei NEXTFOLLE mein neuer Video auf meinem Kanal und ja wir spielen heute Black Ops 2 und ich bekomme heute schon geblendet bin ich der Bastarde ich denke wer seid ihr das richtig ja stimmt oh nice ja mit so Rottflitter ja mehr Scheiße muss ich kurz kämpfen auf die Beine schreit 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 die andere zwischen schreit 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 WHAAAT Ja, toll. Und die Seite. Jaaa, von Seite, leck mich Scheiße Och, Mist! Aha. Wo sind die Gegner? Und? Ja! Hintenbagger! Ja! Hintenbagger! Und jetzt bin ich da! Oh, Mist! Komm hier! Komm! Ich sehe dich! Du bist da? Komm! Auf die Beine! Alter! Was? Ja! Der Kimpte! Der Kimpte! Einfach so rum! Oh! Hintenbagger! Naja! Ja! Mit Shirt kann ich auch spielen! Hm! Zwei, drei Schüsse bist du tot! Wat? Wat? Jemand hat geritten und angestellt! Äh! Der Schulter! Sprengladung! Ich glaube die Pro sind in Robby gegangen! Ich glaube die Pro sind in Robby gegangen! Ey! Ohne Scheiße! Der hat sich... Hupf wie ein Kaninchen! Ne, dein fucking Ernst! Dein fucking Ernst! Jaaahhh! Jaah! Jaaah! Jaaaaah! Jaaah! Oh! Jungen! Ich will mich verarschen. Oh, ja. Alter Schwalder. Oh, ja kommen sie immer. Sniper. Alter, die machen mich so ins Fett schon wieder. Oh, Juhu. Geh. Geh. Ja, ja, ja. Geh. Ja, gib dir. Haltung knackig. Ja, von Fetten. Alter Schwalder. Mann. Hey, ich kann nicht zählen und ich bin sofort tot im Arm. Ja, 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 ja. Ja, mit Schleute kann ich auch, gell? Was? Wo? Ja, klar, gib dir. Ja, ja. Ja. Wie? Wie? Ja, ich habe wirklich genauer Schuss und ich... ...ich... ...chege das überhaupt nicht. Ja, der kommt nur von ganz nah. Nein! Ich habe gedacht, ich habe ihn schon gekillt. Ey, das ist fucking ernst. Oh Mann! Alter, triple kill lecker, Mann. Ja, ich habe vier. Puh! Alter, abartig. Auf die Beine! Also, merken Sie sich einfach nicht richtig gut, aber ja. So Leute, das war's für dieses Video. Ich hoffe, dass euch ein bisschen gefallen hat. Und bitte nicht vergessen, meine Videos zu bewerten. Das wäre ganz nett von euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ja, jetzt bin ich schon mal. Achso. Tschüssi. Musik Fertig.